Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt.TV. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute lernt ihr mal wieder so ein Motiv kennen, das ihr bei starken Spielern wahrscheinlich sehr oft seht, aber nicht so richtig verstanden habt. So ging es zumindest mir früher. Und dafür lade ich euch einfach mal ein. Schaut euch diese Stellung an. Weiß ist am Zug. Und es gibt hier ein sehr starkes Motiv. Mit Weiß übrigens Paul Kehres gegen Max Euwe mit Schwarz. Also wirklich zwei Monster zu der damaligen Zeit. Und ja, ich lasse euch jetzt mal nachdenken. Ich mache aber direkt weiter. Ihr solltet währenddessen das Video pausieren. Und ich gebe jetzt mal einen kleinen Tipp. Weiß hat hier wirklich ein bisschen bessere Entwicklung. Und Schwarz hat Raum am Darmflügel gewonnen, was eigentlich eine sehr, sehr gute Sache ist. So Raum am Darmflügel kann viel wert sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel hier der Läufer schon auf E7 stünde und Schwarz rochiert hätte, dann wäre der Raum auch relativ wertvoll. Aber hier gibt es ein sehr starkes Motiv. Man knabbert den Darmflügel an. Ich sage denen den Zug. Es ist A4. Und vielleicht versteht ihr jetzt, was ich meine, dass man bei starken Spielern sieht man häufig, dass man mit so einem Randbauer, dass man so einen Bauer, der hier steht, angreift. Und früher habe ich nicht so richtig verstanden, was soll das denn bringen. Und diese Partie oder dieses Stück, das ich euch hier zeige, verdeutlicht das extrem gut. Und ich habe das auch schon bei mir in den einzelnen Gruppentrainings verwendet, um dieses Motiv zu erklären. Also es gibt einfach so Sachen, die muss man mal verstanden haben. Und dann wird man das auch selbst immer wieder anwenden können. Und deswegen glaube ich, dass dieses Video euch extrem viel bringen wird. Seid so gut. Abonniert den Kanal und lasst einen Like da. Macht das wirklich. Und dann unterstützt ihr mich auch. Okay. Was ist die Idee denn von A4? Also erstmal drohen wir, den Bauern zu nehmen. Wir sind doppelt drauf und forcieren eine Entscheidung. Was kann Schwarz tun? Entweder er nimmt, er zieht vorbei oder er deckt den Bauern. Also er lässt stehen, nimmt oder zieht vorbei. So ganz typischerweise in diesen Stellungen nimmt man nicht. Ist auch hier nicht so toll. Man schlägt mit dem Turm. Also meistens nimmt man wirklich mit dem Turm, nicht mit dem Bauer nehmen. Das würde genau den gegenteiligen Effekt haben. Wir wollen nämlich, dass dieser Turm eine starke Linie bekommt. Und haben in dem Fall auch noch Druck auf den Bauern A6. Das ist sehr unangenehm. Die Engine sagt schon, weiß steht über einem Bauer besser. Nehmen tut man fast nie. Ich glaube, das könnt ihr auch gut nachvollziehen. Warum? Weil es ist jetzt einfach viel zu aktiv. Und der Turm hier ist total stark. Offene Linie. Beziehungsweise halboffen. Wir schauen auf den Bauern. Und die anderen Optionen sind schon naheliegende. Und ich denke mal, die meisten würden hier vorbeiziehen. Oder vielleicht schlagen. Aber schlagen ist nicht gut. Also vorbeiziehen oder stehen lassen. Ich hätte den Bauern stehen gelassen. Ich hätte genau denselben Zug gespielt, wie den, der in der Partie kam. Nämlich Dame B6. Sieht für mich sehr logisch aus. Wurde aber sehr, sehr, sehr schön von Paul Kehres auseinandergenommen. Und die Engine empfiehlt hier B4. Versteht man aus menschlicher Sicht. Aber auch diese Stellung ist nicht gut für Schwarz. Versteht man aus menschlicher Perspektive. Also der weiße Plan ist sehr einleuchtend. Nämlich, ich frage euch. Was könnte an B4 das Problem sein? Okay. Also B4 ist eine absolute Schwächung der Stellung. Was ist am Schwächsten? Wenn jetzt gesagt wird der Bauer. Auch eine sehr gute Lösung. Kann auch sein. Ich meine, den kriegt man meistens relativ gut gedeckt. Springer, Läufer, Turm, Dame. Vielleicht noch der andere Springer. Also den wirklich zu gewinnen ist schwierig. Aber der ist auch rückständig. Ja. Also der ist ein Problem. Aber das Schwächste an der Stellung ist das Feld C4. Und wenn ich das schon so sage. Ups. Wie könnte man das langfristig nutzen? Dieses Feld C4. Ja. Also man spielt hier zum Beispiel D3. Und dann Springer D2, Springer E4. Also die Partie könnte so weitergehen. Beide Seiten entwickeln sich normal. E6, Springer D7, Läufer E4 und Springer C4. Und hier hat Weiß einfach eine leicht bis klar bessere Stellung. Also plus 0,6. Weil er hier diesen Springer platziert. Aber es ist die beste Variante. Das ist das Beste, was Schwarz hat. Und dadurch sehen wir also jetzt die Idee von A4. Weil wenn das Beste darauf ist, dass Weiß schwarz vorbeizieht. Und uns für den Springer dieses Feld gibt. Dann ist klar, dass es gut ist. Das ist ein Vorpostenfeld. Die Bauern haben vorbeigezogen. Und der Springer kann hier nie wieder vertrieben werden. Also sehr, 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 sehr schönes, wichtiges Motiv hier A4 zu spielen. In der Partie kam Dame B6. B6 hätte ich auch gespielt. Normalerweise zieht man da nicht gern vorbei. Wegen diesem Loch. Aber in der Partie hat jetzt Weiß ganz, ganz klar bewiesen, was hier, Keres gegen Eufer, also Keres war Weiß, hat klar bewiesen, was hier die richtige Idee ist. Tauschen, tauschen. Er hat auch noch den Turm getauscht. Das macht Sinn. Weil Weiß steht sozusagen strategisch besser. Und Schwarz hat sowieso ganz wenige aktive Figuren. Der Turm war einer davon. Und jetzt hat er hier diesen Darmflügel, mit dem gleich was Schlimmes passiert. Aber er hat auch diesen König und den Läufer, die beide nicht entwickelt sind. Und Weiß hat hier fröhlich ruchiert. Und es ist dadurch, dass jetzt hier Springer A3 so ein böser Zug ist, fällt Schwarz nochmal diese Unterentwicklung total auf die Füße. Zum Beispiel, wenn hier wieder B4 kommt, spielt man Springer C4. Die Dame hängt, zieht zum Beispiel nach B7. Und nach Dame A1. Also das ist keine Verbesserung zur Partie. Weil hier, also die Stellung ist ungefähr plus 1,5 bis plus 2 Bauern besser. Grund dafür ist, also der schwache Bauer, der gute Springer, viel bessere Figuren. Und wenn Schwarz jetzt hier versucht, sich normal zu entwickeln, also das Feld E5 ist sehr, sehr schwach, kommt hier ein Springer oder vielleicht sogar ein Läufer rein. Läufer E7, also man kann auch tauschen. Aber dann steht hier ein Springer drin, der nicht getauscht werden kann. Ist auch nicht schön. Der Läufer hier hat eine gute Diagonale. Also langfristig könnte man auch mit D4 aufbrechen. Zum Beispiel jetzt hier Läufer E7 sieht logisch aus. Das endet aber schon. Wegen Dame A4 Schach. Und Läufer B4, B5, falls ich was dazwischen stelle, dann ist König F8, Turm A1 Ende. Da sieht man einfach mal so eine schnelle Verwertung. Deswegen habe ich die Variante gezeigt. Also, auf Springer A3, den Bauern vorzuziehen, gibt Weiß einfach eine Stellung, der nur noch Weiß auf Sieg spielt. Deswegen Läufer C6. Hätte ich auch gespielt mit Schwarz. Ich habe auch, als ich die Aufgabe gelöst habe, eigentlich gedacht nach A4 kommt diese Variante. Und nach Springer A3 läuft er C6. Und jetzt, der Zug, den habe ich jetzt nicht gesehen, den Weiß gespielt hat. Aber ich verstehe ihn, weil ich die Aufgabe auch mittlerweile oft geleert habe und einfach die Stellung gut durchdrungen habe. Versucht mal für Weiß einen sehr, sehr starken Zug zu finden. Pausiertes Video. Ich gebe jetzt noch einen Tipp. Weiß nutzt es ziemlich geschickt aus, dass Schwarz hier so unterentwickelt ist. Okay, jetzt löse ich auf. Was ist es denn, was man macht, wenn der Gegner wirklich völlig in der Entwicklung hinten ist? Und man selbst zum Beispiel schon rochiert hat. Ja, dann versucht man, die Stellung zu öffnen. Und das kann man hier mit D4 sehr gut. Also jetzt hat für Schwarz ja ziemlich viel Zeit draufgegangen. Zum Beispiel Springer A3 hat den Springer entwickelt. Läufer C6 hat den Läufer nicht entwickelt. Also Weiß hat noch mal mehr Entwicklungsvorsprung. Und deswegen macht es Sinn, hier die Stellung aufzureißen, Bauern zu tauschen. Das macht nichts besser. Also ganz logisch. Also tauschen hier, finde ich, das ist ungefähr plus 3,5 Bauern, weil jetzt ist der auch extremst schwach. Also tauschen macht gar keinen Sinn. Mit E6 entwickelt sich Schwarz natürlich. Also auch mit Abschnellbeste Zug. Sieht eigentlich so aus, als ob jetzt nichts passiert. Aber tauschen. Läufer schlägt. Und Springer D4. Und ich weiß, wahrscheinlich für viele jetzt hier noch ein Mysterium, warum ist die Stellung so gut. Aber, also weiß jetzt, Schwarz ist nur noch ein Zug weg von der fertigen Entwicklung. Aber erstmal muss man das Problem lösen mit diesem Bauern. Und ist nicht so leicht. Zum Beispiel, wenn der Bau einfach nach B4 vorzieht, wieder Springer C4. Und schaut mal, wie aktiv die weißen Figuren sind. Alles kommt mit Tempo. Man kann jederzeit tauschen. Und der König ist noch nicht rochiert. Also es ist eine unangenehme Stellung. Und es wurde alles durch A4 induziert. Und das ist wirklich, wirklich wichtig zu verstehen. Deswegen hat Schwarz jetzt hier liquidiert, den Läufer getauscht. Und jetzt die nächste wichtige Frage an euch. Also hier ist wirklich viel, viele, viele, viele gute Aussagen sind in diesem Beispiel. und ich hoffe, dass es viele Leute schauen, weil, weil das viel, viel bringen kann. Wenn man das alles versteht. Was macht weiß jetzt? Wie nimmt man zurück? Also ich würde mal sagen, hier würden wahrscheinlich die meisten sofort mit dem Läufer nehmen. Und das braucht, also es braucht gutes strategisches Verständnis, um zu verstehen, warum es so stark ist, mit der Dame zu nehmen. Aber, wenn man mit der Dame nimmt, also weiß es auch, mit dem Läufer nehmen ist es auch gut. Dann hat man einfach eine gute Stellung. Aber, nach Dame schlägt, also entweder geht die Dame weg, dann steht man hier extremst aktiv. Mit dem König in der Mitte, so kam es in der Partie, sehen wir gleich. Oder die Dame tauscht. Das ist naheliegender und auch besser. Aber, das Problem ist, nach Läufer schlägt D4. Wie deckt Weiß denn diesen Bauern? Geht im Prinzip gar nicht. Also auf B4, kommt Springer C4. Und, droht also, droht verschiedene Schachzüge. Und langfristig ist der Bauer hier auf jeden Fall weg. Bevor man sich die holt, könnte man sogar noch mit F3 und E4 spielen. Also, den kriegt man nicht wieder. Man könnte auch mit Springer C2 den direkt abholen. Jetzt kann man ihn nicht mehr decken. Also, mit dem Springer, ja. Aber zum Beispiel wieder mit E4 spielen. Also, das ist jetzt nicht wichtig, wie es konkret ist. Also, wir wollen hier nicht auf irgendwelche Varianten eingehen, sondern einfach grundsätzlich diese Pläne verstehen. Also, deswegen ist Dame schlägt hier sehr stark. Und Schwarz hat jetzt hier sich geweigert, die Damen zu tauschen. Aber jetzt hat Weiß einen sehr, 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 sehr starken Zug, nachdem es schon plus 5 steht. Könnt ihr euch vorstellen, welcher das ist? Sehr gut, falls ihr es gefunden habt. Das ist echt gut. Dame B4 verhindert die Ruchade. Und schaut mal an, jetzt hat Schwarz zu all dem auch noch ein Problem auf den schwarzen Feldern. Und hier ist es aus, weil ohne Ruchade wird das nichts. Auch Springer D5, ganz wichtig. Dame D6. Wir gehen nicht runter von dieser Diagonale. Und deswegen ist tatsächlich die Störung verloren. Das ist auch wieder so eine Sache, die ihr hieraus mitnehmen könnt. die vielleicht vorher unklar war, warum ist denn diese Stellung verloren? Also man sieht aktuell noch nicht den genauen Angriff. Aber langfristig kann das nicht halten. Die weißen Figuren werden viel, viel, viel aktiver werden. Zum Beispiel Springer E7 kam. Auf keinen Fall auf G7, da kommt Turm G8 und zu viel Druck auf G2. Aber es kam Turm C1. Letzte Figur eigentlich aktiviert. Okay, der Springer, der hat eigentlich schon einen Job hier. Aufläufer G2 sieht ja vielleicht logisch aus. Kommt Turm C7. Ziemlich böse. In der Partie kam deswegen jetzt B4, also noch ein bisschen versuchen, aber Springer C4. Der Springer kriegt auch sehr, sehr gute Felder. Springer F5 greift die Dame an, Dame F4 und macht eben Platz für den Springer und Rohade funktioniert nicht. Warum? Schaut mal, taktischer Zug. Wegen Springer A5 und Schwarz verliert mit dieser Gabel den Läufer. Trotzdem empfiehlt die Engine zu rochieren. Also da sieht man schon, wie schlimm die Stellung ist. Schwarz hat es jetzt noch versucht mit Läufer G2, aber nach Springer D6, Springer D6, Dame D6 ist es einfach aus. Wir haben wieder dasselbe Problem mit der Rohade und hier hat Schwarz aufgegeben. Das ist schon krass. Also Max Euwe, totales Monster, gibt hier auf. Problem ist nur, zum Beispiel ist hier Turm C7 in der Luft und Läufer G7 ist auch nicht angenehm und zum Beispiel auf König D8 in der Stellung, um sich irgendwie gegen Turm C7 zu verteidigen, nimmt man dann Läufer 1 droht matt, also kann man den Turm nicht nehmen, aber egal was, auch wenn der Turm zieht, spielt man Läufer F6 und D8 E7 matt. Also die Stellung ist dann ausgewesen, aber ich finde das wirklich super, super spannend mit diesem A4 Vorstoß. Sehen wir bald in einem anderen Beispiel auch noch, dass es auch am anderen Flügel gut funktioniert, Richtung König. Dann sind wir beim Thema wieder Königsangriff, aber hier war es wirklich Angriff am Damenflügel, schön Felder Schwächen schaffen und Punkte, auf die man spielen kann, die Stellung wurde aufgeweicht, im richtigen Moment die Stellung geöffnet, weil man Entwicklungsvorsprung hatte und dann die Ruchade verhindert, letzter Punkt und dann den Sack zugemacht. Ich hoffe, ihr konntet viel lernen. Ich liebe solche Beispiele, weil ich selbst daraus einfach so viel gelernt habe und hoffe, dass euch das genauso geht. Es wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr das Video liked, den Kanal abonniert und falls ihr nicht irgendwie unterstützen wollt, könnt ihr mal auf Patreon schauen, da könnt ihr auch ein Coaching buchen oder einfach eine Unterstützung. Macht's gut. Ich freue mich auf morgen. Ciao.